Moment, hast du einen Punkt bei dir? Du Arscher hast da oben wirklich welche hingepackt! Hallöche meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein kleines Video von GTA mit den Brutalo. Hallo, hallo! Moin moin! Das mal war jetzt wirklich meine Anmod, da können wir ja mal starten. Du kannst ja mal den Zuschauern sagen, was wir hier spielen. GTA eine... ein Stuntrennen? Ja, das ist das Gute, wenn ich das aussuche und ich weiß, was es ist. Ich weiß es selber nicht. Ich habe es einfach nur auf der Webseite von Rockstar gefunden. Deswegen... läuft. Hast du eigene Fahrzeuge ein oder aus? Gute Frage, ich weiß noch nicht was von... Ey, müsste an sein. Ich glaube, ich habe meinen Wagen ausgewählt. Alleine, dass bei mir Profifahrer steht. Bei dir auch, ey, das kann doch... Nee. Das spielen wir dann doch auf der Auge. Okay, das kann dann gut sein, dass ich... Dass du kein Auto hast. Keinen Supersportwagen haben. Das ist mal hier mein... Oh, das war nicht so gut. Ich muss mein Mikrofon mal rumsch... Schiebele. Natürlich, es war nicht so... Ich hab den nicht ausgewählt. Ich hab den mal wieder so behindert. Kein Kontakt ist das langweilig. Ja, keine Ahnung. Ich hab's einfach gefunden und einfach mal gestarrt und mal sehen, was das kann. Ja, es kann mich in Schleidern bringen. Ja, schön, beim nächsten Mal, wenn's nächstes Mal gibt. Beziehungsweise wenn ich mich besser finde. Und auf GTA Modus PK. Nur weil du mich töten willst, ne? Oh, Alter. Ja. Sonst macht das Spiel keinen Spaß. Spacken. Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit auf dem zweiten, ey? Ich fahr so gut. Weil du schlecht bist? Ich wollte eigentlich gerade explodieren, damit das irgendwie Sinn ergibt, dass ich gut fahr. Und ja, ich weiß, ich laber gerade wieder viel Scheiße. Mach ich gerne. Wo bist denn du schon ganz? Ich flieg hier fast aus'n Looping raus. Ich seh dich. Ich sag ja die Scheiße. Nein. Ich bin daneben. Nein, nein. Oh. Ich muss dich respawnen. Ich hab keine Ahnung. Du hast eingestellt. Ich hab gar nichts eingestellt. Das war von, von, von vorher so eingestellt. Von Standard her. Das war von Standard her eingestellt. Okay. Ich hab nichts verändert. Außer die Musik ausgemacht. Oh. Unfall gebaut. Egal. Du bist eben weg. Weg. Boah. Jaja. Wiii. Autsch. Ich krieg mich nicht auf. Geh. Autsch. Läuft echt gut das Rennen. Ja. Für mich ja auch. Für mich nicht so. Fällig nicht so. Ne, ne. Als Gorsch. Du sei. Ich gib's was an den Löffel. Alter, ist das Schwierig, dein hässiger Looping, ey. Wow, den Looping hab ich auf Anhieb geschafft. Ich stehe den Salto, so mal. Wie? Ah. Jetzt kommen die Spiralen. Jetzt verkack ich. Jetzt sehen wir ja, wenn ich da bin und du immer noch da am verkacken bist, denn verkackst du wirklich. Alleine Spiralen? Wo bist du? Oh, ich ne raus. Du respawn ich. Ach ja. Okay. Y gedrecht halten. Digga, willst mich irgendwie verarschen, wie weit weg bist du? Nur weil ich einmal einen Unfall gebaut habe. Das find ich nicht weiß, ich bin schon wieder rausgeflogen. Ja. Perfekt. Nein, es kommt näher. nicht wirklich. Ich respawne gerade. Ich glaube, so näher, näher kommen, tue ich nicht. Loool. Ich hab's geschafft und knall gegen so ne Rampe. Alter. Wo bin ich hier? Alter. Augenvergewaltigung des Todes. Oh, Spiralen. Wer bist du? Oh, scheiße. Nein! Ich war so gut in Spiralen. Oh Mann. Ist mich so sch... Ja. Ich hab das Spiel auch, keine Ahnung, zwei Jahre nicht mehr gespielt. Gefühlt zu vier. Oh, ich bin durch. Ich bin durch. Ja. Ich bin weg. Ja. Ich war aber so gut in diesem Spiel. Ich sollte es wirklich mal ein bisschen öfter spielen. Man muss doch genau mittig da rauf fahren. So, ich fahr genau mittig da rauf und darf da nicht mehr lenken. Doch, du musst gegebenenfalls lenken. Nö. So läuft's perfekt. Scheiße! So läuft's perfekt. Die erste hab ich wenigstens. Halt mal die Gursch, die erste hab ich, die zweite hab ich nicht. Willst du das Rennen noch beenden? Ich bin aufm Vormarsch. Ich hab die Spiralen durch, hoff ich. Ich hoffe, es kommt keiner. Ich bin am Ziel. Das Spiel hasst mich. Ich fall grad runter. Wenn ich jetzt noch mal die Spirale nicht machen muss, dann fick ich das Spiel. Ich muss die Spirale noch mal machen. Ich wollte gleich die CD raus und dann hab ich... Spaß damit. Ich hab echt Spaß hier, ne? Und bei dir so? Ja, ich warte hier auf dich. Alter, Alter, Alter! Wer denkt sich so'n Müll aus? Anstatt einfach mal etwas zu machen, was funktioniert, ohne dass es, äh, nicht funktioniert. Ich hab nie gesagt, dass, äh, meine Sätze Sinn ergeben. Willst du jetzt noch ins Spiel? Ja, ja, warte! Ich bin doch schon... Ich muss nur noch vier Punkte. Ich bin gleich da. Ich bin auch nicht bei der Jüngste, ey. Beziehungsweise mein Auto ist nicht bei der Jüngste. Ich hab das von der 360 noch. Weil alle Hösterwagen. Ich seh nix. Perfekt gelandet. So, ich würde sagen, weil's so kurz war, starten wir direkt noch eine. Alleine kurz, ey! Insofern will's mich doch verarschen. Aber gerne noch eine. Willkommen zur zweiten Map. Und los geht's. Oh, scheiße. Muss erst mal hier alles voll kaufen und ne Panzerung. Bei dir weiß man ja nie. Yo. Wie kann ich alles voll kaufen? Äh, stand da doch, äh, kaufen. Für alle kaufen. Außer du bist zu arm, dann hast du kein Geld dafür. Oh, ich hab's noch geschafft. Oh, ich hab's noch geschafft. Nice. I bims 1 Polizei. Von der Huppigkeit her. So. Ich weiß, wer gleich sterben wird. Ich, weil ich daneben fahren werde. 1 Runde, yeah! Yeah, oh, wahrscheinlich. Nein. Nein, nicht. Oh, ja. Oh, scheiße. Ernsthaft? Perfekt! Wirklich! Läuft bei dir! Das sah lustig aus. So. Da war meine Skills wieder overpowered. Total. Alleine, äh, wegen sterben, äh, genau. Ja, man sieht sich, äh, bin tot. Aber sowas von... Ja, warte mal auf mich. Nein. Sollten die komischen Ringen, ja, doch in der Sekunde als ich ansprechen will, gehen sie in Flammen auf. Perfekt. Wirklich, ich fliege gegen so ein Scheiß-Ring. Ja, deine Skills sind hart am Beam, du. Ja, ich bin gerade bei Kontrollpunkt 8 von 34, ey, alter. Annäherungsminen, ich würde dich so hart fissen, als wenn ich erster wäre. Danke für die Tipps. Ja, ich fliege schon wieder gegen den Ring! Läuft bei dir! Wenn ich sag mal, kostet nicht mehr, würde ich sagen. Wenn ihr, wenn ihr noch, äh, einen bekloppteren Autofahrer sehen wollt, als ich es bin, dann geht mal bei denen auf den Kanal. Da kann auch bekloppte Auto fahren. Wie man's schon hört. Und alter, ich... Alter, ich komme nicht weiter! Nein, 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 nein! Autsch, auutsch, 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 mein Auto, nein! Aua! Ey, ich kann neu starten. Aua! Geil! Ja, der Weg hier vorne ist scheiße! Auf dem noch nicht, scheiße! Nein! Oh, fuck! Also, ich nehme das Argument mit, äh, noch schlechter Autofahren als ich wieder zurück. Hehehehe! Geil! DD Du zeichst, war er doch nicht violinistisch! Kortein! So, am Schluss einfach mal abbremsen, dann geht's auch. Ich verkack dir auch gerade die ganze Zeit. Moment, da hast du einen Punkt bei dir. Du Arschloch hast da oben wirklich welche hingepackt. Du kleines Arschloch ey. Und jetzt geht hier der Scheiß. Der Arschloch hat so eingefallen. Der musste das nochmal machen, ne? Nein, das Glückliche war, da oben war der Scheißpunkt. Ich habe ihn noch einsammeln können. Okay, doch gut. Sei Dank. Ey, ich wäre zu dir nach Hause gekommen und hätte dich sowas von geschlagen. Oh, geil. Aber der große Witz war ja, der eine geht hoch, tut mir nichts. Ich fahre ein Stück weiter, komm auf einfach fünf Stück oder so. Na, nur eine. Ja, das hat ein tausendmal explodiert und ich fliege so weit rechts. Ich habe drei Stück platziert, eine habe ich selbst ausgelöst und ihre zwei liegen noch da oben. Lagen. Toll, jetzt bin ich einmal so rumgeranged, dass ich total übersteuere. Jetzt muss ich das wieder ausprobieren, irgendwie. Oh, fuck. Ich wollte noch eine andere Spiegel legen und leg die auf meine Motorhaube. Dummheit vor der Wind, ne? Ich werde sowas von wieder zu weit rechts sein. Ich glaube, diese Scheiße bin ich schon mal gefahren mit irgendjemandem. Weil der Absprung am Ende kommt mir irgendwoher bekannt vor. Oh, ich habe es geschafft. Erleichterung. Nein. Oh, fuck. Perfekt. Du kleines Arschloch. Jetzt ist schon wieder Musik an, ey. Sei froh. Sei froh, die letzte geht es nicht. Die habe ich auch meine Mutter umgelegt. Ja, dem passt es ja. Kleines, dummes Arschloch. Weil dumm, weil du die irgendwie behindert platziert hast und Arschloch, weil du ein Arschloch bist. Ich werde sowas niemals machen. Ich bin viel zu nett dafür. Jetzt ist es vorhin gereicht. Alter, jetzt verjagte ich mich doch teilweise in die Luft. So witzst du denn immer nochmal abkommst. Äh, sag ich dir doch jetzt nicht. Hi, tschüss. Ja, so. Da kann man gegenfahren. Genau. Bist du da auch gegengefahren? Nein, wie kommst du da drauf? Keine Ahnung. Ich habe da so ein Geräusch gehört, was mich darauf schließen gelassen getan hat. Yep. Das war deutsch. Schreibe ich ein Backflap? Schreibe ich ein Backflap? Lalalala. Fast. Ich bin aber auf der falschen Seite. Oh nein. Bitte, 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 bitte. Ja. Wie viel muss man... Oh, sechs Stück noch. Ey, nö. Nein. Alter, du Arschloch. Bist du wenigstens selber doch von der Straße abgekommen? Nee. 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 Passt lieber mal vorne auf. Also Schießen und Fahren ist nicht so meine Stärke. Meine auch nicht. Man merkt's. Oh, fuck. Autsch. Oh, schon wieder diese... Richtig geil getimte Dinger, ey. Genau dann, weil man durchfährt, ist es zu. Was gerade sowas von keinen Sinn ergibt, weil man denn nicht durchfährt, wenn es zu ist. Warum bin ich gerade auf dem ersten Platz? Nein. Ja, man fällt hier raus. Nein. Da bin ich gerade rausgefallen. Du Arschloch! Ich hab mich gerade noch gerechnet, ey. Du kleines Arschloch, ey. Oh, geil. Oh, fuck. Am Arsch geil, ey. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Das ist fett dient, wenn du mal rausgeflogen bist. Die arme Wante, was hat sie dir getan? Nein, nein, nein. Puh. Bist du etwa da rausgeflogen, wo ich auch raus bin? Nein, nein, nein. Ich hab mich überdreht. Ey, nein. Bin ich gar nicht. Nein, nein, nein. Der Boost hat mir jetzt voll was gebracht, weil ich hier total wogegen gefahren bin. Komm. Ob es wirklich so eine schlaue Idee war, jetzt noch eine Runde zu fahren? Nein. Ja, doch. Oh, Mann. Bist du jetzt da runtergefallen? Nein, ich doch nicht. Wollte dich nicht töten. Ich bin perfekt auf den Boden aufgekommen. Bist du wieder runtergefallen? Nein. Siehst du, ich bin auf dem ersten Platz. Von hinten. Ich bin extra ausgestiegen, dass ich nicht ins Ziel fliege und ich fliege voll rein. Nein. Ich bin sorry. Tut mir weit. I'm so excited. And I just can't hide it. Oh, no, 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 no. Oder wann machst du voll rum? Ich schaff es doch! Ich schaff es doch! Ich schaff es doch! Ich schaff es doch! Nein! Du hast nichts... Wieso bist du so rausgefahren? Keine Ahnung, es war zu schnell, es ging einfach zu schnell alles. Okay, und das war's mit dem Video. Bis dann, tschüss! Richtig bekloppte. Ich glaube, zwei Runden. Ah, so eine Scheiße reicht erstmal. Das gefällt mir nicht. Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren! Die krieger werden die MAP. La unterne Bir反verleiu. La unterne Bir�. Aber차� Schonlands oder T quer. Aber auch andere stimmtofuller ÄltzxMarkthe Gabriel Ältzx trop13s auf?